Herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Battlefield 3. Wie immer dabei, der Arne. Hallihallo. Wir spielen heute Sane Überquerung, irgendwie was kleines glaube ich. Und ich joinne mal beim Arne. Ich weiß auch nicht wo der ist. Ich bin bei B einnehmen. Komm her hier. Gib Gas. Ach ich spiel Scheiße, ich spiel Versorger. Verdammt egal. Ich spiel Malek. Ah, gut. Das ist gut, dass hier nicht so wenig... Pass auf hinten. Wow. Scheiße, ich glaube hier ist noch irgendwo einer. Meint ihr, da ist noch einer? Ich glaube hier war noch einer. Das kann natürlich auch so ein Pappkarton sein. An der Flagge, an der Flagge, an der Flagge. Zwei Stück, zwei Stück. Ab, ein. Scheiße. Scheiß Granaten. Einen habe ich auf jeden Fall. Ah, das stimmt. Zwei. Ich weiß nicht, hoffentlich joint er so schnell da. Ja. Ich glaube, er wurde erwischt. Allerdings steht da schon wieder einer. Bist du da? Ja, ich bin bei B. Ach, ich habe hier auch den Mörser jetzt mittlerweile. Juhu. Oh, von links. Von links kommt noch einer. Ah, scheiße. Eigentlich müssen die beiden, die da unten liegen, so gut wie tot sein. Ja. Ich wurde von jemanden getötet, der auch gleich getötet wurde. Ach, du lebst wieder. Ich lebe wieder. Ich warte jetzt mal, was hier los ist. Hier steht einer. Da ist jemand gestorben. Ja, deshalb steht hier hinten einer. Oh, der unten auf dem Boden liegt, dieser Arsch. Lol, Alter, wie schnell kann der mich fertig machen? Ja, guck mal, was der für ein Wasser hat, bitte sehr. Der hat, er ist, aber der ist Level 1. Der hat mich, der hat mir sofort einen Headshot verpasst. So, bin ich jetzt hier eigentlich schon wieder. Ich könnte jetzt mal ganz gemein sein und mich jetzt einfach mit meiner Mörse hinstellen. Aber ich glaube, so gemein bin ich, ist sowieso entlangweilig. Arig, komm mal in deine Richtung. Ja. Mit noch jemandem. Also wir sind leichter und ordentlich bestückt, wo auch immer du bist. Bei A. Oh, oh, von da hinten schießen sie? Ne, doch nicht. Okay, weiter geht's. Lol. Vom Panzer. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ich hab's noch überlebt. Wenn du willst, kannst du mir kommen. Ach, die Runde läuft immer wieder richtig gut für mich. Oh, für mich geht's eigentlich. Nein, dann weniger. Oh, da oben. Aber toll, ich wollte gerade direkt bei dir joinen. Ja, hättest du was gesagt, dann hätte ich mich noch eine Minute einsam hingestellt. Oh, naja, gut. Das wollte ich dann nicht mal mitmachen. Ach, na egal, ich lass es in Mörse, das ist ja scheiße, egal jetzt. Oh, ist denn jetzt dieser dämliche Panzer? Da. Boah, die Stimme sind in Mörse. Ey. Arschgeigen die. Ich bin mit der F2000, ich wundere mich schon mal, warum ich so schlecht bin. Ich nehm jetzt mal C4 mit. C4 ist ja erlaubt hier. Achtung. Panzer A, D. Hä, 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 ja. Mensch, Anna, du bist ein kleines Pfiffiges Kärchen. Tja, C4. Allerdings stehen da jetzt in dem Gang sehr, 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 sehr viele. Hier. Lol, Alter. Der. Also, für den Panzer nicht so. Der Camp, der, der klein, der. Was macht dieser Bob da hinten? Jetzt hat er, glaube ich, Schiss. Ach, toll. Ach, jetzt ist er weg. Na, ist er weg? Ja. Ich hab mal wieder die falsche Taste gedrückt. Ich hab statt mal wieder statt 4 die 5 gedrückt zum Reanimieren. War noch die Objektklasse. Scheiße, Granate. Ali, lass mich lieber vorgehen. Was, okay. Was, da bist du? Hier. Granate. Wupsala. Ah, da stehen schon welche. Okay, ich seh da schon mindestens zwei. Oh, Junge, Alter, kannst du mal hier verschwinden. Du gehst mit... Oh, lauf doch mal da irgendwo hin, Junge. Du bist... Ne. Hinter mir? Ja, hinter mir auch. Ach, der ist außen rumgegangen, diese Arschgeige. Wo ist der denn schon wieder? Geht's da weg, oder was? Wo kriegt der sich jetzt? Ist irgendwo ein Panzer. Warte mal, ich geh mal hier lang. Oh, shit. Boah, wer steht denn da schon wieder hinter mir? Alter, geh doch mal weg, Junge, Mann. Da ist ne Granate. Boah, so weich im Hirn muss man sein. Ganz ehrlich. Ähm, wenn du rausgehst, da oben stehen auch welche, ne? Da komm ich ja nicht mehr raus. Aus der Panzer, ja. Weil die werten Herren immer auf der Treppe dort stehen bleiben. Seid ihr immer noch Panzer, ne, ne? Ne, bis jetzt seh ich keinen. Ach, du bist jetzt auch Versorger? Ne, ich bin stumm zur Tat. Warum wird dann bei mir Versorger angezeigt? Natürlich nicht. Oh, nicht schlecht. Achtung, wenn du in die Ecke gehst, gleich. Alles klar. Danke. Darf ich mal? Mensch, Arne läuft doch jetzt hier ganz gut, die Runde. Naja, es geht. Wow. Hier oben steht Arne. Naja, viel zu sieben ist auch nicht gerade die Offenbarung. Aber naja, gut. Ich meine, wir haben jetzt alle Punkte. Ja, das stimmt. Allerdings werden die gleich wieder alle haben. Ähm. Oh. Ach, ich spawn auf bei dir ist am einfachsten. So, jetzt geh ich da rein und mach diesen Kerl nieder, ey. Was ist denn im Haus da, oben? Ja, einer ist... Ah, okay, das haben sie schon bereinigt, okay. D wird eingenommen. Draußen einer, auf der Straße steht einer. Ups, der Lass. Scheiße. Hier, Leute. Ich laufe mal in Richtung D. Ich höre ein Panzer, Junge. Das ist nicht gut. Also, bei D stehen nicht gerade wenig. Ja, nehmen wir auch gerade B ein. Scheiße. Haben Sie sich gesehen? Ah, ja. Ich hab hier einen ja noch reanimiert draußen. Scheiße. Das Problem ist bloß, ich weiß nicht, von wo der Schuss kam. Ich weiß, dass hier vorne gleich eine angekommen wäre gerade. Puh. Das war knapp. Lass mal nachladen. Hier liegt übrigens ein Muni-Pack neben mir. Ja, Mann, Alter. Jetzt ist er gerade weggegangen. Pass auf, hier vorne ist irgendwo hier eine. Ich sehe es. Die schlagen sich schon die ganze Zeit hier vorne rein. Da vorne steht direkt einer. Ich weiß, ich habe euch beide reanimiert, damit ich vielleicht den hinkriege, damit einer von euch vielleicht mich wieder rausholen kann. Die laufen da direkt vor und wissen, dass ich da stehe. Das ist schon nicht so gut. Wow. Was ist das denn jetzt, war einer? Ist das ein Feind? Nee. Nee, war einer von uns. Ich habe nur gesehen, wie da einer direkt auf mich zuläuft. Scheiße, ich nehme C gerade ein, Anna. Ach, hier, der Panzer ist hier. Okay, vorrücken. Hey, läuft da noch. Boah, scheiße. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe den C ein. Ich komme von einer Seite. Scheiße, ich bin tot. Von irgendwo, wo der auch mal geschossen hat. Scheiße, 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 scheiße. Aber ich habe ja doch gesehen, dass das von dort einer ist. Scheiße. Scheiße, was, wir haben alles fast wieder verloren? Ja, klar. Oh, nein, scheiße, mein Lenkrad ist noch drinne. Ah. Oh. Ach, so. Jetzt kann ich wieder spielen. Tolle Wurscht. Der eine läuft direkt bei dem vorbei und der merkt es noch nicht mal, ne? So, ich gehe jetzt mal zum NS-Einsatzpunkt und gucke mal sich ja mal hier hinten alles ab. Ach, das ist ja die kleine Map. Dann kann ich ja mal zu B. Ich gehe mal. Wie ging denn dieser Scheiß nochmal? So, ich habe mal B markiert, ne? Aber ich bin gerade bei C. Ich nehme gerade C ein. Ah ja, machen wir mal. Oh, scheiße, Mann. Der wusste, dass ich da bin, weil ich den Feuer getötet habe. Ich habe mich ja richtig gekommen. Hm. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Entweder C oder A. C. Oh, scheiße, das ist ein Panzer. Na, tolle Wurscht. Ich laufe mal zu A lang. Na, gehen wir zu A. Na, erinnere ich den Befehl gleich, wenn ich ja in Sicherheit bin. So, A ist drin, ne? A ist schon, ne? Ja. Nehmen wir das letzte C. Hab ich von der Seite nie gemacht. Wo auch immer der wieder steht. Ach, da oben steht der wieder. Das Arschkind. Oh, shit. Wie viele Granaten werfen die denn da rein? Oh, shit. Na gut. Boah, wie viele stehen denn da unten? Ich gehe mal lieber wegen den Außenweg. Oh, von hinten kam schon wieder einer. Oh, scheiße, 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 scheiße. Lass mich doch mal hier raus! Nein, bitte, bitte. So, gehe ich einfach mal außen lang. Ist, glaube ich, der bessere Weg. Zwar nicht so viel Gemetzel, aber... Na gut. Einen habe ich mal wieder. Hilfe bei Kill. Oh, A wird wieder eingenommen. Angriffsbefehl befolgt. Ach, du bist da. Sag mir, dass du mir gerade 20 Punkte geschenkt hast. Das ist jetzt schon wieder 20 Punkte. Wo ist denn dieser Arsch? Nein, scheiße, Mann. Übrigens haben sich gerade zwei hinter euch eingeschlichen hier, ne? Ich weiß, dass da so viele drin waren. Na, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich es ausgerottet. Ja, das denkst du. Weißt du, wie viele da oben sind? Ach, du Scheiße! Na. Da denkt man, da stehen alle seine Kollegen. Nein, natürlich nicht. Ich habe doch gesagt. Da stehen alle Gegner. Ach, wir haben schon wieder alles verloren. Wir sind doch Helden. Das ist doch meistens immer so. Was ist eigentlich noch drin? C? Mach ich gar nichts mehr. Ja, C ist drin, als C. Alles klar, C ist drin. Gut. Dann bleiben wir aber bei C. Top. Oh, hier läuft gleich wieder rein. Natürlich. Ohne, wenn er da war. Mal gucken, ob ich ihn mit der Granate ein kriege. Nein, natürlich nicht. Super. Oh, das ist doch scheiße. Wer hätte ich denn getötet? Ich habe den Drunken Harbor irgendwie getötet. War es der? Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ich bin schon wieder bei dem Aussuchen, wo ich jetzt hingehe. Ich glaube... Ich glaube, ich lege mal meinen... Ich sage mal D jetzt, ne? Oh, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Ach, der Panzer auch noch. Na, super. Warte, ich nehme mir den Panzer mit C4 vor. Bist du tot? Doe ich dich reanimieren? Nee, lass mal. Da kommst du böse und nicht hin. Scheiße, was war das? Wenn ich wüsste, wo dieser... Wo bist du? Du bist da. Wo ist der denn? Der ist hier. Lol, Alter, wie sind mich alle umzingeln schon. Oh, scheiße, 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 scheiße. Kannst du denn jetzt die zwei Panzer haben? Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Nein, 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 eigentlich nicht. Wo ist der Panzer hin? Und wir solltet mich ja gerade jetzt schon wieder auf. Wo ist der Panzer hin jetzt schon wieder hin? Sag mal kurz, wie wir das alles ausmachen hier. So, B steht wieder während der unserer Kontrolle. Ab zu C würde ich sagen, ne? Läuft. Ich habe irgendwie... Keine Ahnung, ich habe wieder... Keine vollen... 100 Tabs von Firefox geöffnet. Das ist nicht unbedingt, aber ich habe irgendwie Frames zahlen. Das ärgert mich so ein bisschen. Jetzt muss man irgendwie hier alles schließen. Alles Unnötige. Zack. Oh, A oder C? Ne, komm mal, machen wir zu dir. Na, ich bin jetzt seit genau dazwischen... Weil da oben sind zwei. Einer ist tot. Ne, drei waren da sogar. Ey, ich liege hier jetzt. Achso. Der zweite ist tot. Ist egal. Ich würde mich sowieso mal um diesen dämlichen Panzer kümmern. Scheiße. Ich weiß nicht, ob die Granate dort angekommen ist. Ne, kam es natürlich nicht. Ne, du hast zu weit links geworfen. Muss man nach rechts. Upsat, wie viel sind denn da? Ich gebe dir gerade noch ein bisschen Unterstützung ein. Er ist weg. Ne, ist der weg. Scheiße. Komm mal hier oben hin. Hier oben ist echt ein... Ich bin tot. Das ist echt geil. Ich freue mich, was da unser Teamkollege gemacht hat. Der hat da... Achso, der hat dich da abschießen lassen von den anderen. Ah, okay, gut. Ist auch nicht schlecht. Ach, dort stehst du? Ah, hier oben. Hier oben hast du so ein geiles Blickfeld nach da unten. Ich gehe trotzdem immer. Ich versuche mal außen lang zu gehen. Durch den Seiteneingang. Was versucht der da eigentlich? War das gerade eine Granatenwerfer oder was? Muss ich mal nachladen. Ich glaube, jetzt haben sie keine Lust mehr auf mich. Naja, ich stehe hier oben alle. Also ich stehe hinten am Ausgang. Dort stehen jetzt der Dritte oder Viert. Ja, hinten steht jetzt gar keiner mehr, deshalb. Na, pass auf, Arne. Da sind sie alle. Ich spau mal bei dir. Ich steck mal hier im Medipack rein. Oh, scheiße. Ich habe einen gesehen. Warte, Munitionsküste. Ja, C4 sollte ich vielleicht nicht unbedingt in die Hand nehmen. Ähm. Wo ist der jetzt? Ah, da. Achtung, Granate draußen. Pass auf, Arne. Na gut, der eine ist weg. Ähm. Kommen Granaten dann nicht auch wieder runter? Weißt du das? Nee, ne? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Da oben steht direkt einer in der Ecke. Der ist weg. Ja. Pass auf, Arne hat es runtergesprungen. Der kommt rein. Ich habe es gesehen. Ist der weg? Ja. Gut. Ich muss mal kurz übernehmen. Ich muss mal nachladen. Das dauert ein Sequindchen. Achtung, von der Seite kommt einer. Warte, den übernehme ich. Von, äh, vom Dings kommt genau einer. Mist. Oh, zwei Stück. Junge, Junge. Ich habe nur einen gesehen. Der war da. Na, den Flitzer habe ich zweimal was an der neuner getötet. Ich glaube, der war ein bisschen angepisst nachher. Aber wir sind positiv jetzt wieder. Ah, toll. Jetzt müssen wir ja ganz hinten spawnen. Na, ich habe, na, ich habe genau gleich. Lass mal, lass mal B einnehmen. B ist, glaube ich, ganz cool. Da hinten in der Ecke. Wir können auch schnell zu A laufen. Wir können auch schnell zu A laufen. Aber, ja, kommt dann. Ach, A wurde gerade eingenommen. Ja, deshalb D wurde. B wird auch gerade. Oh, ich bin im Panzer-Mahne. Ja. Du schießt ja vom Wurf. Ja, ich steige lieber aus. Das bringt ja sowieso nichts. Ich schwirr mal eine Runde. Scheiße, ich bin tot. Von Wurf kam denn der Schuss schon wieder. Das frage ich mich auch gerade. Ach, Pech. Ich bin ins Wasser gesprungen und kriege Pech, weil ich gestorben bin. Toll. Warum nicht? Oh, oh. So, Vali sucht ja was aus. Ich nehme jetzt mal D. Weil D jetzt hier gerade mal dran ist. Und gerade eingenommen wird. Na, komm schon. Lauf, 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 Junge. Lauf. Lass ab. Oh, mein Gott. Lol, scheiße. Ich höre Raketen, das sind nicht gut. Na, ich weiß auch von wo. Aus dem Fenster, aus dem Mittelgang oben. Äh, war nicht auf dem Server nur RPG, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, du scheiße, ich sehe es.